Hallo, ich bin die Laura, ich bin hier im Umweltcampus Birkenfeld auf der Firmenkontaktmesse. Ich spreche hier mit Herrn Theier von Hahn Automation. Herr Theier, können Sie uns kurz erklären, was die Firma genau macht? Ja, wir realisieren Automatisierungslösungen, hauptsächlich für die Automobilbranche, aber auch für die Kunststoffbranche. Wir realisieren Anlagen, die Automationsprozesse realisieren. Können Sie uns sagen, welche Möglichkeiten sich denn für die Studierenden am Umweltcampus Birkenfeld stellen? Ja, wir bieten Praktika in verschiedenen Bereichen an, auch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, hauptsächlich im Bereich Entwicklung, im Bereich mechanische Konstruktion, Softwareentwicklung, Elektrotechnik. Ja, aber hauptsächlich Maschinenbau natürlich. Und wie können die Studierenden am besten Kontakt aufnehmen zu Ihnen? Also am besten mit mir, ich bin Ansprechpartner im Personalwesen. Einfach eine E-Mail schreiben an karriere.hahnautomation, das Ganze geht dann auch direkt an mich. Auf der Homepage sind alle Stellen nochmal ausgeschrieben oder einfach bei Facebook. Einfach mal unsere Seite besuchen. Vielen Dank für die Auskunft und einen schönen Tag.